Ein Sieg für die Preußen und ein Sieg für die Liebe. Das Heimspiel gegen den Karlsruher SC hielt für den SCP-Fan Dirk in der Halbzeitpause eine dicke Überraschung bereit. Seine Freundin Stefanie hatte sich spontan überlegt, dass das Spitzenspiel der dritten Liga genau der richtige Anlass sei, ihrem langjährigen Freund einen Heiratsantrag zu machen. Und der sagte… Ich habe mich schon lange überlegt, irgendetwas Sensationelles zu machen und ich glaube, das war jetzt heute so der aufschlagende Punkt. Ich bin im falschen Film, dachte ich erst, aber es ist schön, weil ich ja nicht aus der Pötte komme, musste sie das ja machen, aber es ist alles gut und ich freue mich auch. Weil ich eher auch ein super Preußen-Fan ist und ich denke mal, jetzt wo sie eventuell aufsteigen, das ist ein super Argument dazu wäre, jetzt zu heiraten, oder? Ein wahres Happy End also, genauso wie nach 90 Minuten auf dem Platz. Auch hier nochmal aufsteigen, bis hier im хлichten. Vielen Dank.